Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Lufia 2 Wrath of the Sinisterals. Ja, Amon will gegen uns kämpfen. Was? Welch eine Kraft. Gott. Fuck. Oh Gott. Was bei allen Göttern der Hölle? Du, der von einem unreinem Herzen. Verschwinde von diesem geheiligten Ort. Sind wir gerade weggeflogen? Diese Kraft, das kann nicht sein. Scheiße. Twixer, nein, Twixer. Hati. Twixer, warum hast du das getan? Du wusstest doch, was geschehen würde. Selbst meine Kraft hat nicht gereicht, um Amon zu bezwingen. Du bist unsere letzte Hoffnung. Ich werde ihn richten, Twixer. Ich verspreche es. Arty. Versprich mir, dich um Dupla zu kümmern. Oh fuck. Twixer, warum? Das hättest du nicht machen müssen. Das war... Das also war er. Ja. Das war Amon. Lass mich euch begleiten. Ich muss das Böse vernichten. Ich habe es ihr gelobt. Ich glaube, wir haben uns noch nicht vorgestellt. Ich bin Doki. Ich bin Guy. Mich nimmt man Selan. Ja, ich bin Arty. Ja, das wussten wir bereits. Du bist dir bewusster, dass du im Kampf dein Leben riskieren wirst. Wir kämpfen gegen die Hölle. Für mich gibt es kein Zurück mehr. Das Böse muss gerichtet werden für Twixer und Dupla. Ich verstehe. So sei es denn. Herzlich willkommen. Arty schließt sich an. Können wir durch die Tür gehen? Ja, können wir. Ähm. LOL. Die Werte aller Charaktere haben sich erhöht. Geil. Kutsch. Ey, cool. Dann würde ich sagen, warten wir uns mal. Ähm. Ja. Gut, er hat auch Warp. Ist okay. Warp. Ähm. Nach. Portravia. Gehen. Nein, ich würde sagen, gehen aber noch nicht nach Portravia. Denn wir haben in der Höhle hier unten noch was zu erledigen. Geh weg. Wir haben. Oh ja. Motzklotz. Oh, einer bleibt da. Einer bleibt schon mal da. Schön. Flüchtet. Flüchtet. Blitz. Okay, zwei bleiben da. Das ist schön. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Kein Damage. Wow. Elf Damage. Wow. Wow. 40 Damage. Es besiegt. Schön. Okay, der andere auch. Oh, 188. Ja. 22.000 Erfahrungspunkte bekommen. Das ist schön. So. Da. Müssen wir noch einmal rein. Danke. Denn wir haben ja noch etwas zu erledigen. in dem Einteil des Dungeons. Äh, wie war das nochmal? Äh, so. Zack. Zack. Dann kommt das weg. Das noch da. Zack. Und. Zack. Genau. Dim, 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 dim. Ja. Oh man, ey. Twixer hat ihr Leben riskiert, um uns zu retten. Nein, Baum, geh weg. Gott, oh Gott. Da war so ein Baum auf. Äh, an meinen Fersen, auf meinen Fersen. Ja, auf den Fersen. So. Gut. Jetzt sind wir da, genau. So, wie machen wir das? Wir kommen. Ähm. Ja, der muss so weg. Auf jeden Fall. Hier kommen wir nicht. Nee. Hm. Moment. Wenn ich den jetzt wieder nach hier schiebe oder so. Den noch einen weiter nach unten und den noch einen weiter nach unten. Dann kann ich auf jeden Fall wieder hier lang. Da kann ich jetzt nicht durch wegen dem, okay. Hier kann ich nicht hoch wegen dem. Und... Hier kann ich aber lang. Aber nicht weiter wegen dem. Da hinten ist aber auch nichts, oder? Das Ding ist, wartet mal. Zack. Und ich schiebe den mal nach ganz unten, dass wir hier hin können, genau. Und den... Vielleicht irgendwo nach hier oben? Ja, es macht auch keinen Sinn, oder? Ich meine, wo der steht, ist ja relativ Wayne. 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 Ja, Wayne. Ähm. Achso, das war wegen dem, okay. Moment. Ähm. Wir müssen, glaube ich, irgendwas vor denen schieben. Und ich weiß nicht was. Das ist das Problem. Ähm. Äh, 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 ähm. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Ja, wenn wir die schieben, bringt uns das auch herzlich wenig. Ähm. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, Moment. Nochmal Ursprungszauber. Äh, so. Ähm. Okay, nochmal. Zack. Und... Achso, ja. 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 Äh, äh. Ähm. Noch ein weiter nach unten. Achso. Oh. Auch noch ein nach unten. Und den jetzt noch da schieben und... Kannst du irgendwie... Den noch hier? Ähm. Moment. Ist der die ganze Zeit auf der Höhe von dem? Ja, schade. Ähm. So. Zack. Dann machen wir das gleich nochmal. So, bis da. Packen wir den erstmal weg. Ach, das... Genau. Der stört ein bisschen. Einer nach da. Haben wir den noch. Der ist aber auch... Der ist unnötig, oder? Ne, den brauchen wir auch nicht. Können wir nicht von der Wand wegschieben. Hier ist auch nichts weiter. Ähm. Jetzt den nach da einmal schieben. Den sonst irgendwie... Das macht auch keinen Sinn, ne? Oh, doch, warte. Das macht Sinn. Eigentlich. Shit. Ähm. Ich würde mich den hier gerne vor den dort schieben. Aber da steht der... Ist der noch ein bisschen nervig. Das können wir auch nicht machen. Können wir auch nicht weiter durch. Genau. Haben wir uns denn wieder was verbaut? Ich weiß es nicht. Jetzt kommen wir auf jeden Fall ja schon mal hier durch, ne? Ne, gar nicht. Lol. Stimmt. Shit. Jetzt steht der da noch im Weg. Oh, Mann. Hm. Wenn ich den noch ein weiter nach unten schiebe, bringt das ja auch nichts. Wenn ich den weiter nach unten schieben würde, auch nicht. Oh, doch. Lol. Wow. So leicht. So leicht. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss da auf der Höhe von dem Dings sein. Von der Kiste. Wow. Ich bin... Boah. Nicht dein Ernst. Okay. 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 Aber gut. Aquaschwert. Das ist sogar recht geil. Und ein definitives Item für Seelan. Ja. Das dürfte auch hoffentlich, ähm... Waren wir in dem Shop hier eigentlich schon? Ich glaub nicht, oder? Ja, gerne übernachten. Äh, Shop. Genau. Hey. Waffen. Armbrust. Hammerrute. Ego-Schrauber. Regenarxt. Ähm. Das wär ganz praktisch, oder? Für Guy auf jeden Fall. Steigt um neun. Hm. Der Stirnreif ist gut. Ja, sonst nichts. Wow. Hey. Donner, Drache und... Oh, Wähler. Nice. Erstmal gleich Doki und Dings gegeben. Doki und, ähm... Seelan. Und dann gucken wir mal, ob die schon fertig sind. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Dim, dim, dim. Ja. Exerion ist fertig. Drück den Knopf, wenn ihr auf dem Meer fahrt, um tauchen zu können. Wie war doch gleich dein Name? Ich heiße Arti. Ich bin Lexis und es tut mir leid wegen der Verschmutzung. Das kommt bestimmt nicht wieder vor. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Doki, gibt es Neues von Amon? Ich nehme an, dass er sich wieder ins Meer gestürzt hat. Die Menschen dieser Statue haben eine Lichtgugel in der Nähe von Valeria gesehen. Äh, aha. Baleara... Oh, Baleara. Baleara ist im Westen. Nun liegt es an deiner Hand, Doki. Ich weiß. Ich weiß. Yeah. Tauchen. Jetzt können wir auch zu der Insel da hinten hin. Da möchte ich auch gleich gerne hin. Wo sind wir hier? Ah, ist das ein Baleara? Ne, Elfenwein. Oh, hier sind wir im Elfenwein? Oh. Gut, dann... Ähm... Ja. Ihm, wer ist denn? Was ist denn hier? Hä? Oh, nice. Baleara. Schön. M-düm-düm-düm. Düm-düm-düm-düm. Huge. Ich wollte schon immer noch die ganze Zeit leveln eigentlich, oder? So, offscreen... Oh. Oh. Ah. Oh. Hier. Oh. Ich kann nichts davon kaufen, weil kein Geld. Verdammt. Ego-Kraft 1. Okay. Das ist was für die beiden. Okay. Ja, um 6 und um... War okay, um 11. Platinum ist für Doki. Ganz geil. Äh. Wir kaufen gar nichts erstmal. Mann, ich bin müde. Ähm. Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? Ich glaube, wir müssen irgendwo hier lang. Ja, da unten wahrscheinlich rein. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun Ah, okay, wir müssen irgendwie tauchen, ja Irgendwo müssen wir tauchen Oh, Mann Okay Ja, hier wahrscheinlich Hier rein, genau Dann hier wieder raus Richtig, Rache-Tempel Okay, nice Ah Gehen wir erstmal hier durch Okay, hier ist der Eingang Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach links Ein T-Rex Okay, so langsam glaube ich, sollte ich wirklich mal leveln gehen Aber wir sind halt immer in einem Dungeon oder irgendwie in einer Höhle oder in einem Tempel oder was auch immer Wenn wir gerade, wenn ich gerade den Part beende oder so Wir sind nie draußen So habe ich das Gefühl Alter Die halten aber ganz schön viel aus, ne Man, Haro ist schon ein geiles Kapselmonster. Scheiße, wenn man gerade erst aufgestanden ist. So wie im letzten Part. Nice. Nice, nice. Hat doch Style. Ähm, da will ich bitte rüber. Wenn wir durch die Treppe gehen, kommen wir wahrscheinlich nur wieder also einen Stockwert tiefer, weil wir runter gefallen sein könnten. Okay, Hexer. Die dürfte easy sein, eigentlich. Na 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 na. Okay. Und Faust. Alter. Schönes Damage. Verdammt. Hardes Wagen. Gott. Werte Viecher. Dim Dim. Dim Dim Dim. Dim 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 Dim. Ach ja. Die halten aber auch einiges aus, ey. Hi, Lega. Okay, nice. Der ist besiegt. Oh, und. Seeland. Crit. Schön. Ui. Das war ein schöner Crit. Das war ein sehr, sehr schöner Crit. Und schön. Gut, gut. Hier irgendwas. Nein. Ich will nicht mehr so viel gähnen. Okay. Geht weg. Sieht so aus, als würde hier irgendwas hinkommen. Oder sowas. In der Art. Wo sind wir denn hier? Äh, ich geh jetzt mal hier durch. Hoch. Oh, wow. Wow. Äh. Danke. Ähm. Das ist ein ziemlich fetter Sumoringer. Mit Flügeln. Und Törnern. Oh mein Gott. Ich muss den Part bänden. Er setzt Stärke auf sich ein. Alter, hat er gerade dreimal angegriffen? Oder? Ne. Ich glaube, Stärke und Glutball und... Ja, Glutball. Kannst du mal aufhören? Stärke. Und Blitz. Alter, was ist der mit euch? Ähm. Machen wir erstmal einen Wähler auf uns alle. So, dass jedenfalls wieder alle full life sind. Danach. Äh. Angriff, Angriff und... Wähler. Auf... Äh. Artie. Heilige Scheiße. Was ist der mit dem Ding? Heilige Kacke sind die... Alter. OP. Und halten viel aus. Danke. Oh. Oh. Meine Güte. So. So. Ja. Yo. Alter. Gut, Leute. Wir sehen uns erstmal bei... Das nächste Mal wieder. Haut rein. Bye-bye. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.